So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist schon wieder so warm, ich zerfließe hier komplett und eigentlich wollte ich am Mittwoch ja Raider Mittwoch machen, aber am Dienstagabend gab es schon wieder neue News, die wieder wichtig sind und die auch wieder mit dem Go-Fest zu tun haben. Also denke ich mir, mache ich Raider Mittwoch am Donnerstag. Und was für euch noch wichtig ist, guckt mal, was hier hinten liegt, wenn man die Kamera rumdreht. Und Adi Schatz, alles Gute. Da stabeln sich jetzt die Kartons, das ist der 300 Euro Karton aus Kanada. Dann habt ihr jetzt hier ein Paket drauf mit einer Grafikkarte und da habt ihr jetzt hier einen Karton, wohl vom Hannes zum Geburtstag, weil der steht ja auch noch an. So, Infovideo, was ist jetzt schon wieder los? Was ist das für ein Bild? Nekrozma, alle fragen mich, ey Lucky Trade, kannst du mir Nekrozma geben? Muss ich immer sagen, habe ich nicht, weil das gibt es ja nicht bei uns. Und weil es nicht bei uns gibt, habe ich das nicht. Die Leute haben es noch nicht verstanden. Ich habe nicht mehr den Main, ich habe jetzt diesen Main und der ist Free-to-Play und der macht nicht alles überall. Der macht halt nur hier sein Brot, sein täglich sozusagen. Also ich mache eigentlich meinen täglichen Pass weg. Und ansonsten geht da auch jetzt nicht so viel. Aber GoFest dann wird wieder was Besonderes sein, weil man da mal eine richtige Raid-Tour macht, weil man das GoPlus dann mal anschmeißt und guckt, ob es ein paar Shinies gibt durch Ticket. Ist ja geboostet, muss ja was geben. Nutzt die Kraft von Sonne und Mond mit zwei neuen Abenteuereffekten, Stahlgestirn und Schattenstrahl. Jetzt habt ihr ja bei Ur-Dialga und Ur-Palk ja zwei Abenteuereffekte gehabt, dass das eine ja den Raum sozusagen beeinflusst, euer Kreis, in dem Pokémon Spawn vergrößert ist, mehr Pokémon dann Spawn und auch die Zeit manipuliert werden konnte mit einem Zeiteffekt, dass eben Glücks-Eier länger laufen, Sternstücke länger laufen, solche Sachen. Das war interessant, das nutzen bestimmt auch viele Leute, oder? Nutzt ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe das, glaube ich, noch nie genutzt. Ich war auf der Suche nach Ur-Dialga und Palk ja in 100%. Weil ich beim Go-Fest, äh, bei der Sinotour in Gera ja Glück hatte mit einem 100er Dialga und sogar am zweiten Tag nochmal ein 100er Dialga. Seitdem habe ich ganz viele Palk ja getauscht und möchte dazu auch bald mal ein Video machen, was da mein bestes Dialga in der Urform jetzt ist. Die Dinger haben auch Abenteuereffekte. Was machen die jetzt aber? Zeit, Raum ist ja den anderen vorbehalten. Abenteuereffekt? Stahlgestirn. Wenn Nekrozma mit Solgaleo zu Nekrozma-Abendmähne fusioniert wird, beherrscht es die Ladeattacke Stahlgestirn. Was für mich jetzt schon mal aber trotzdem komisch ist, Nekrozma-Solgaleo. Solgaleo ist doch eigentlich das Ding von der Sonne, also dieser Löwe. Wieso ist der Löwe? Heißt dann aber Abendmähne und nicht Morgenmähne, wenn dann die Sonne aufgeht, also Abend, keine Ahnung. Und das andere, Morgenschwingen, obwohl es ja Lunala ist, was ja eigentlich der Mond ist. Aber ist Morgenschwingen, aber vielleicht ist das das, was... Hier geht die Sonne unter, deswegen und beim anderen geht der Mond weg und die Sonne auf. Deswegen ist das so komisch. Also, Solgaleo, Abendmähne, beherrscht Stahlgestirn. Seht ihr hier, wie das dann aussieht? Das fliegt hier so rum und macht Effekte. Und das heißt dann, ihr könnt den Abenteuereffekt von Stahlgestirn nun für 3000 Staub und drei Nekrozma-Bonbons aktivieren. Also, das geht nicht erst zum Go-Fest. Das geht wohl schon ab jetzt für 3000 Staub und drei Nekrozma-Bonbons. Das heißt, ich kann es gar nicht machen, weil ich ja noch keins habe. Ich kriege das dann also erst am Wochenende. Im Gegenzug könnt ihr euch 10 Minuten lang die Kraft der Sonne zunutze machen. Während dieser Zeit werden Pokémon angelockt, die typischerweise tagsüber erscheinen, ähnlich wie bei Rauch. Pokémon, die sich nur tagsüber weiterentwickeln können, können sich entwickeln, wenn dieser Abenteuereffekt aktiviert ist. Diese Pokémon könnt ihr unter anderem begegnen. Äh, diesen, diesen. Die kommen also da in dem Effekt raus. Taubsi, Mega-Entwicklung. Alola Kogowai, sieht gut aus. Sonnenfell, braucht kein Mensch. Waumball, muss nicht sein. Eguana, es wird immer schlimmer. Balgoras, der ist cool, der ist nützlich, der sieht auch gut aus. Mangunior, das Donald Trump-Pokémon. Wuffels, sehr beliebt. Und Imantis. Imantis. Ja. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem Wuffels begegnen, das sich zu Wolverog in der Zwielichtform entwickeln kann. Also mein Favorit, Balgoras. Fertig. Dann habt ihr aber noch das Gegenstück. Ne, habt ihr nicht. Doch. Warte. Ne. Erstmal noch derselbe Effekt. Wenn ihr weiteren Staub und mehr Bonbons von Negrotz mal einsetzt, lässt sich die Dauer des Effekts jedes Mal, wenn ihr auf Einsetzen tippt, in 10 Minuten Schritten auf bis zu 2 Stunden verlängern. Anschließend könnt ihr noch einmal auf Einsetzen tippen und den Abenteuer-Effekt noch einmal einsetzen. Insgesamt bis zu 24 Stunden lang. Wer spielt 24 Stunden lang mit dem Abenteuer-Effekt rum und gibt so viel Staub und Bonbons aus? Stahl gestirnt kann nicht gleichzeitig mit einem anderen Abenteuer-Effekt, Rauch oder täglichen Abenteuer-Rauch, der Wunderbox oder der Münztasche eingesetzt werden. So, wie findet ihr das? Ihr nehmt das, um dann Rauch einzusetzen. Na, ich habe so viel Rauch im Beutel. Da bräuchte ich jetzt nicht mehr Sternstaub, Negrotz mal Bonbon-Rauch kaufen. Aber vielleicht findet ihr die Pokémon interessant. Und der zweite Effekt ist Schattenstrahl. Und wie soll es anders sein? Das lockt natürlich Pokémon an. Eher Nacht-Nacht-Pokémon. Aber ich verwirrte ja, Lunala ist also das Mond-Pokémon. So abends und alles. Aber das wird ja dann zu Negrotz mal morgenschwingen. Jetzt hätte ich morgenschwingen. Ich hätte halt abendschwingen zudem gesagt. Und das andere ist morgenmähne. M&Ms, ne? Morgenmähne. Stehst frühs auf, hast so einen Fussel auf dem Kopf. Und dann die abendschwingen, wenn man so die ins Bett reinfedert. Aber das sind morgenschwingen. Und das andere sind abendsmähnen. Obwohl es ein Tagsüber-Pokémon ist. Aber ja, habe ich nicht gemacht. Haben die anderen gemacht, so. Den kannst du auch nehmen. 3000 Staub. Drei Negrotz mal Bonbons. Zehn Minuten lang. Die Kraft des Mondes. Pokémon werden angelockt. Die nachts erscheinen. Ähnlich wie beim Rauch. Auch die, die sich nachts weiterentwickeln, kannst du dann weiterentwickeln. Pokémon-Begegnungen sind unter anderem Alola Radfratz. Sag mal nix zu Pipi. GBL Alola Knogger. GBL Hut Hut. Tut selten gut. Gala Zickzacks. GBL Lunastein. Naja. Somniam. Amarino. Ach, das ist schön. Aber eigentlich auch nicht nützlich. Und Wuffels. Mit etwas Glück Wuffels, was ich zur Zwielichtform entwickeln kann. Da muss ich sagen, da ist eigentlich gar nichts für mich dabei, was ich interessant finde. Weshalb ich da also kein Staub und keine Bonbons ausgeben würde. Balgoras fand ich gut morgens. Aber dafür muss ich jetzt nicht diesen Superrauch zünden, der so teuer ist. Wenn ich normalen Rauch habe und sowieso Balgoras oft in Events auftritt. Das ist aber nur meine Meinung. So, dann könnt ihr das auch natürlich wieder immer so 10 Minuten lang dann weiterschieben. Bis zu 2 Stunden. Und wenn es nicht weiter geht nach 2 Stunden macht, ihr es dann doch nochmal. So, dass ihr das wieder so macht. Und dann irgendwann 24 Stunden lang raucht. Und komplett den Verstand verliert. Kann auch wieder nicht gleichzeitig mit dem Rest eingesetzt werden. Aber an sich... Ja, war es das eigentlich so. Pokémon Go Face. Stellt euch Necrozma, Abendmähne und Morgenschwingen beim GoFest Global in Raid Kämpfen der Stufe 5, um Necrozma zu begegnen und Fusionsenergie zu erhalten. Dies müssten ja aber erst am Sonntag da sein. Also am Samstag gibt es ja Necrozma Raids. Und halt Ultrabestien. Aber am Sonntag gibt es die fusionierten Formen in den Raids beide. Die dann schrumpfen und euch diese Energie geben. So. Und die erhalten also dann auch diese exklusiven Attacken. Schattenstrahl und Stahlgestirn. Also passt. Mehr erfahren braucht man nicht. Exklusiv Attacken. Hier stehen auch nochmal die Werte dabei. Stahlgestirn in Trainerkämpfen 135 Schaden. In Arena Kämpfen und Raid Kämpfen 230 Schaden. Das klingt auf jeden Fall viel. Schattenstrahl ist genauso 135 bei Trainerkämpfen und 230 bei Arena und Raid Kämpfen. Das war dann jetzt die News. Und ich muss sagen, brauche ich eigentlich nicht. Also für mich klingt das total unnötig. Werde ich wohl nie einsetzen. Wenn ihr das cool findet, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es rein. Und schreibt rein, ob ihr schon mal hier Raumschlag oder Gezeitenstoß. Also ob ihr bei Ur, Palkia und Dialga diese Effekte einsetzt regelmäßig. Oder bis ihr einmal eingesetzt habt und dann gar nicht mehr. Oder kann man machen, muss man aber nicht. Das war mein Fazit. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und denkt dran, Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Am Freitag, wenn noch was kommt. Aber ich hoffe am Donnerstag. Ciao.